Nachdem wir vergangene Woche bereits erste Konzeptzeichnungen zum neuen Game of Thrones Prequel House of the Dragon zu Gesicht bekommen haben, berichtet Deadline nun über drei Neuzugänge. Es handelt sich dabei um Olivia Cooke, Matt Smith und Emma Darcy. Ebenfalls mit dabei ist Paddy Considine, der bereits im Oktober als König Vizieres Targaryen gecastet wurde. Olivia Cooke wird die Rolle der Alison Hightower, Tochter von Otto Hightower, spielen. Emma Darcy hingegen macht sich mit der Rolle der Prinzessin Raina Targaryen, dem ältesten Kind von König Vizieres vertraut. Auch Schauspieler Matt Smith spielt ein Familienmitglied und zwar den jüngeren Bruder des Königs und Thronfolger Damon Targaryen. Die Storyline spielt etwa 300 Jahre vor der Hauptserie und handelt logischerweise von der Geschichte des Hauses Targaryen. Die unmittelbare Buchvorlage ist dabei George R. R. Martins Feuer und Blut. Die Dreharbeiten finden unter der Regie von Miguel Sapochnik und Showrunner Ryan J. Condell statt. Ein Release ist für das Jahr 2022 geplant. Untertitelung des ZDF, 2020